hallo hier haben wir eine sauer 101 artimes also das schöne handliche gewehr für die damenwelt sommer schliff auf der kammer ein holzgriff an der kammer ja was willst du mehr montiert ist darauf ein gpo 3 bis 15 mal 56 spektra also so eine kleine sternwarte bochum drauf gebaut auf dieses schöne gewehr aber die gute dame wollte halt was sehen hier ist die scheibe kein schuss drauf und jetzt machen wir mal zwei schuss und gucken mal wo das schöne gewährte hinschießt sehr sehr schön beide schüsse etwas über der 10 schieße hier mit rws hit short rifle der lauf ist auch glaube ich ganz so lang naja sehr schönes ding schießt sehr gut tolles gewehr